Willkommen zurück bei Borderlands 2 von den alten Herren. Nabbend! Mit dabei ist mal wieder der Zwerg Donny. Ayo! Wie schön er doch grinsen kann. Und die Kampf-Amazone Bob. Hä? Achso, ja, ich bin ein spieler Frau. Oh, da unten steht ein Bot. Ja, ich bin hier vorhin von der Plattform gerutscht beim Einloggen. Und dann hat sie da schon so einiges... Oh, Granate! Oh, der kann auch gut werfen. Haben wir eigentlich mittlerweile schon einen Hamster? Nee. Ich glaub nicht, nee. Ich brauche einen richtigen Sniper für die Roboter hier. Ich habe nur eine Feuer-Sniper. Das Borderlands ist ja das... Ach, wie kann man hier nochmal... Nein! Mit E! Verdammt! Das ist ja wieder... Wenn man die falschen Tasten drückt. Keine Munition, ne? Ach, das ist Ducken. Ich kriege hier grad einen Föhn, ey. Wenn man irgendwas machen möchte, dann wollen tausend Leute von einem was. Was ist das? Was ist das? Das ist nur ein Exploder hier, da müssen wir aufpassen. Au! Au! Wow! Ich belebe, du schießt. Au! Das war das. Da kriegt einer, da kriegt einer von uns zu. Oh, das ist ein Exploder. Alter, ich brauche andere Waffen. Der Schroffelt im Nahkampf geht das ganz gut hier. Apropos, meine Schroffelte eigentlich. Ach, hier. Wer will Blut spenden? Geld spenden. Ach so, Geld ja für den Dings, ne? Was für Dings? Ja, kann man Geld. Zack. 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 Das war nicht so schwierig. Zack. 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 Oh, Roboter. Mist. Doch, da liegt er doch schon. Fühlt sich ein Hamstermord. Ich will auch, dass du nicht einen Hamstermord hast. Wer will das nicht? Wir alle wollen das. Die kommen doch nur irgendwie hoch, ne? Ach, sieht das nicht schön aus, wie die vom Himmel fallen? Warte ich auch irgendwas in den Autos versteckt? Ja, irgendwas war da. Ich weiß noch nicht was. auf jeden fall ist dagegen immer noch eine große kiste so eine schrott führte ohne blaue sniper schrott mit munition das ist gut und ist gut mit flotow was war aber bei flotow ich versteh mal nur totalen gequirlten t war ich will das sniper so ist unmöglich das ist schrecklich oder immer noch mal granat mit geht da war irgendwas alle sind am anfang ziemlich mies ist nur drauf keine muni mehr wir können aber zurück zum munitionskasten laufen ja ich habe noch andere waffen schießt er doch irgendwann auf uns da oben war einer oder so eine kiste ich brauche munition von munition für die schrotflinte ihr scharfschützengewehr munition wenn man die auch haben will ich hänge fest ich bin so furchtbar schlecht mitten reingelaufen mitten reingelaufen unglaublich vielleicht mal ducken ich bin payday gerade gewöhnt ich will mit steuerung drücken er dücken was von wo jetzt muss ich sniper oh ich gehe mal zu donny ne donny lebt ok ah ja sniper kannst du vergessen lauf der geht hoch was wird es ne loader war hinter mir her exploder meine ich aber ich konnte noch gerade entkommen nein ich bin down es ist vielleicht ich habe ihn gerade erwischt aber neben dir du stirbst jeden Tag du stirbst jeden Tag du stirbst nicht heute, du stirbst jeden Tag so ok du wisstst du erst die Arme abschließen vielleicht geht es ja Gott, ich brauche es mal anderem erstmal ah ah so wird aber warte mal stimmt oh ja eine Schöre oh da oben ist irgend so eine blöde Drohne die mir das runterschmeißt ich kann es ja vergessen Achtung Granaten äh Raketen sucht euch aus was ihr wollt voll üble Fleischwunden schrei nur schrei ich kenn deinen Tod hey ah verdammt ich hatte es auch erwischt hallo ich drück da die ganze Zeit eh vielen Dank also wenn es hier irgendwo einen Teleporter gibt lass uns mal zurück in die Stadt das Einbearmen down ja Reparaturbot ei 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 er ist gleich tot der Reparaturbot jetzt ist er weg ich will hier weg ich will hier weg ich will hier weg ich brenne kein einziges Schuss mehr keine Waffe ah doch Sniper das haben wir immer noch nicht ab jetzt hat der Ander ne doch nicht er humpelt irgendwie hat der zum Bein verloren auch schön weiß nicht sieht komisch aus oh fuck ah der mit seinen blöden Raketen ducken ducken und dann so schieß um Gottes Willen schieß wo ist Donny da hinten wieder benehmen danke so ich glaube die stürme eben bevor der seinen Arm verliert oh ho ich glaub's auch so die letzten Schin jetzt reicht's mir ok das war's ich hab keinen letzten Schuss mehr voll hier so geh ab ist er down alter Hörsch ok lass uns mal in die Stadt da hinten ist noch ein Automaten da kannst du noch nachladen aber ich will ne richtige Waffe haben ne 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 oh ne ich nehme mit sorry Acid Waffe was denn das hier schrote echt gut ey oh ich hab wieder 8 Schuss bekommen selbst kritischer Treffer ins Auge macht nur 370 Schaden in meiner Feuerwaffe das ist gar nichts ja gut Feuer gegen Metall ist auch so da verfällt er tief ja ach Stunk wow das hat immer in meinem Kopf explodiert ja da war aber heute ohne wow das ist hinter mir explodiert von wo von überall oh nein ich muss nachladen soll ich auch eine Mundekiste gefunden ich bin wieder ein bisschen aufgeladen so das Ding ist weg oh Donnie Bob wir brauchen Feuerschutz ja ich bin über euch das hat noch einer es hat noch einer hä ach da fallen es schon um was haben wir hier schönes strohlflinte super damals ein beinchen verloren verlass ihn doch so geld kann man immer gebrauchen nein ich habe dann erledigt dann ich rette dich im hamster danke ja danke wow verdammte axt keine ahnung nächste granate kommt das ist so einer ist wer flucht wir wollen im letzten stück was habe ich noch ein erledigt oder so viele eine granate unterwegs gegen mich jetzt hat mich erwischt über euch auch von hinten kommen auch wieder welche mal gucken ob ich den weg zu hoch finde ja au so ich bin jetzt absolut out of armor ich habe nicht ein bisschen mehr ah ich habe mich hoch geschossen ja toll granate spring runter was so das waren meine schrurflinten so ich habe noch pistole war nicht hinter uns noch irgendwo was keine Ahnung aber hier geht es auch wieder hoch hier sind auch wieder Munis eventuell so der touchdown ja hinter uns kommt ein Gunloader ja ich glaube es ist eine Waffenkiste hier oben ja da lebt immer noch ja eine Schildkiste ne so die Pistole Munition ist jetzt leer ich habe noch 17 Schuss für die Schrotflinte wow bremmig? ne au 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 auch leer geschossen jetzt sind ja mal langsam knapp wie bei mir wir haben den Basel nicht gemacht hör den äh den Sammler ich weiß nicht die Ganglaune kannst du vergessen mit der Knarre ne nein und du schmeckst Granaten auf mich ich komm zu dir steh auf du hast Leute zu verletzen so du hast gehört du hast Leute zu verletzen oh Donnie komm runter ne fast schon ich geh trost im unten ich mach so schön spaß jo ah es hat mich erwischt steh auf Sniper Muni ihr spür kein Messer in meinem Rücken echt das ist gut ich hab kein Messer in meinem Rücken das ist doch schön Acht Schuss hab ich noch Jungs sind nicht irgendwo Munitionskisten ich würd mal gern einkaufen äh da hinten ist noch ne Munikiste ach zwei Spritzen so jetzt müssen wir erstmal grad in meinen Skillbaum rein switchen shit wir runter gefallen ja das ist eigentlich mal ne gute Idee hier vorne ist ein Teleporter kein Munitionshändler scheiße wie komm ich ins äh äh achso mit I mit Tab oder I so was hab ich schon äh gedingst wir haben ein Teleporter what oh ja dann lass uns doch eben nochmal oh verdammt ne ganz entschuldige seid ihr damit einverstanden ja ist in Ordnung das ist nur wie heißt das hier wo wir sind ach ja wahrscheinlich Bloodshot Rampi ach da kommen wir aber nicht wieder hin ne fällt mir grad mal so ein ach Mist shit dann lass uns doch mal nach Kisten suchen oh nein der Konstruktor ja da bräuchten wir uns vielleicht Sorgwaffen hier ist nix ne los es wird ja ne lustige Angelegenheit ich habe 18 Schuss für die Pistole 20 Schuss für die Schrotflinte und ich habe ganze 200 Schuss äh 241 Schuss für mein Gewehr ja dann draufhör ah ok ich hab mich weniger Schuss untergehauen oh hinter uns ah what the fuck okay oh superlazer superlazer